Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Stoke City Karriere. Und heute gibt es zwei vollbepackte Monate, was wir, also beziehungsweise Atletico spielen wir selber. Dann City, Tottenham, Man U, dann in der Champions League Start-Rennen, Pokal gegen Watford. Dann hier nochmal Liga, Aston Villa, Wolves, Sheffield, Newcastle, alle schnell simuliert. Und dann nochmal gegen Start-Rennen, Molde wird auch nochmal schnell simuliert. Nächstes Spiel gegen Atletico Madrid, beziehungsweise erstes Spiel in dieser Folge. Das werden wir selber spielen, die haben auch nach einem Spiel einen Sieg wie wir. Würde ich sagen, mit dem absoluten Top-Team gehen wir hier rein. Da ist Curtis Jones durch zu Tyrese Campbell. Gute Chance nach sechs Minuten. Und Stoke City geht dann natürlich auch sofort mit 1 zu 0 in Führung gegen, wahrscheinlich in der Kuppe mit uns. Also natürlich Hauptfavorit, aber ich würde Atletico nochmal ein bisschen stärker einschätzen wie wir. Aber wir machen hier das 1 zu 0 mit Tyrese Campbell. Wir sind nochmal Baku durchgespielt zu Jones, der wunderschön durch zu Tyrese Campbell. Kane springt über den Ball, dass er nicht gestoppt wird. Der schiebt ihn dann rein. Ich bin so froh, dass der Typ wieder zurück ist. Es ist viel besser, wie wir ihn abgegeben haben. Ist aber egal, wichtig ist, dass er wieder da ist. Wir führen mit 1 zu 0. Wir sind in der Halbzeit, dadurch, dass wir eine englische Woche hatten, müssen wir nochmal jetzt dreimal wechseln. Atschapon kommt rein für Gert Ruida. Dann bringe ich Sinkrafen für Van Dijk und Longstaff nochmal für Baku. Oh, da ist Joao Felix. Sinkrafen macht das nicht gut. Joao Felix. 59. Spielminute, sie kommen und machen den Ausgleich. Mehr oder weniger aus dem Nichts, weil sie gar keine Chance hatten. Sinkrafen macht das nicht gut. Und damit steht 1 zu 1, gehen wir auf Offensiv. Da ist Harry Kane, spielt durch zu Curtis Jones. Der macht das saustark. Er spielt den auch saustark rein auf Offensiv. Funktioniert es besser, kein Gegenteil zu kassieren, wie wenn wir nicht auf Z-Offensiv gehen würden. Und Curtis Jones macht das 2 zu 1. Und damit die erneute, ganz, ganz wichtige Führung. Denn daheim, da muss man einfach Atletico schlagen. Wir sehen Longstaff zu Kane, der weiter zu Curtis Jones. Und der macht dann seinen, nicht Doppelpack im ersten, ähm, im App, im ersten Tor, das er aufgelegt. Da war es Tyrese Campbell, 2 zu 1 Führung. Da ist Harry Kane, der muss den Pass viel schneller spielen. Er kommt trotzdem an zu Curtis Jones. Der weiter zu Donny van de Beek. Jetzt wieder hier zurück zu Kane, runter zu Longstaff. 3-1 Führung, 78. Spielminute. Sehr stark gespielt von Stoke City. Und das muss eigentlich jetzt schon die Vorentscheidung sein hier in diesem Spiel mit Matthew Longstaff. Ich habe gedacht, das kriegen wir nicht mehr hin. Aber wir haben es doch noch irgendwie hinbekommen. Wir sehen es hier. Dann Donny van de Beek. Zurück zu Kane. Der dann weiter zu Longstaff. Der macht ihn rein. Keine Chance für Oblak. 3 zu 1 Führung. Der Sherry zeigt 2 Minuten an. Die sind rum. Wir gewinnen gegen Atletico. Ganz, ganz wichtig mit 3 zu 1. Dann gegen den ersten Man City. Die sind halt immer noch unfassbar gut. Gehen wir rein in die Schnellsimulation. Können wir hier zumindest einen Unschieden holen. Wäre ich schon zufrieden. Nee, wir gewinnen mit 2 zu 1. Ressourcen trifft bei Manchester City. Bei uns Tyrese Campbell und Alphonso Davies. Nächstes Spiel gegen Tottenham. Die sind auf Platz 5. Jetzt ist Liverpool ein Punkt vor uns. Schnellsimulation. Top Team. Müssen wir gewinnen. Unfassbar wichtig. Schauen wir einfach mal. 0-0 geht es aus. Keine Tore. Gar nichts passiert. Nächstes Spiel gegen Start Rennen. Weil es auswärts ist. Riskiere ich es einfach mal mit der B-11 reinzugehen. Gulasch hat sie auch mal beschwert. Er möchte spielen. Gehen wir einfach mal rein. Keine schon ein schlechteres Team. Aber mal schauen. Ein Unschieden wäre ich zufrieden. Nee, wir gewinnen sogar mit 3 zu 1. Es ist wahrscheinlich Danny Inks. Der weiß gerade Rennen trifft bei uns. Krujitsch doppelt und Acha Pong. Nächstes Spiel gegen Manchester United. Sind die so schlecht. Die sind 17. Der Team ist gar nicht so schlecht. Campbell ist in 90 und immer noch minus 5. Gehen wir rein. Warum Rashford im ZM? Muss keiner verstehen. Vielleicht bediegen sie uns damit. Machen sie auch. Kruan Bernadri. Lautaro Martinez. Bei uns Tyrese Campbell. Dann EFL Cup gegen Watford. Wir schauen mal ganz kurz ihr Team an. Ob wir da vielleicht auch mit der B-Elf reingehen können. Ich denke, das sollte klappen. Jetzt mache ich es in einem Verlieren. Pass auf. Da mache ich es nie wieder. Und nee, wir gewinnen mit 0 zu 2. Harry Kane trifft doppelt. Dann gegen Aston Villa den 14. Auch wenn es auswärts ist. Gehe ich rein mit der Top 11. Die haben Jogoleite von uns gekauft. Sieg wäre unfassbar wichtig. Zweite Spiele dann verloren. Bakambu. Grealish trifft doppelt bei uns. Campbell und Kane. Wir sehen, wir haben 9 Punkte. Molde und Star drin haben jeweils einen. Bedeutet, Unschieden reicht uns schon, um sicher weiterzukommen. Wir möchten aber einen Sieg. Wäre geil, wenn wir 18 Punkte aus 18 spielen. Jetzt bin ich mit der Alp reingegangen. Na, ist egal. Dann werden wir sowieso gewinnen. Und schauen wir mal. Oh, okay. Wir gewinnen gar nicht. Wir spielen 1 zu 1. Doku trifft bei Star drin. Bei uns Baku. Nächstes Spiel gegen die Wolves. Jetzt wäre ich mal wieder mit dem Sieg zufrieden. Wir sind schon 6 Punkte hinter der Spitze. Kann auch sein, dass wir immer zwischen A und B-Elf wechseln. Das dann wenig gewinnen. Wir gewinnen schon wieder nicht. Tony und Neto treffen bei Wolves. Bei uns Campbell. Kane versteht das wieder. Er trifft aber nochmal vorher. Dann sehen wir, Jeremy Toljan verlässt uns in der Wendertransferphase zum FC Granada für 9,5 Millionen Euro. Nächstes Spiel gegen Sheffield United. Das muss jetzt gewonnen werden. Ich glaube, es ist sogar das letzte Spiel dieser Folge. Deswegen, umso mehr ist dieser Sieg einfach nur extrem wichtig. Wir gewinnen mit 2 zu 1. Knapp, Koulibaly trifft bei Sheffield. Bei uns gegen Grafen und Kane. Okay, ganzes letztes Spiel war es auch nicht. Wir haben noch ein paar Spiele. Auf jeden Fall jetzt auch nochmal gegen Molde. Die haben daheim gegen Atletico 1 zu 0 verloren. Ich gehe mal mit der B-Elf rein. Ich könnte auf die Nase fliegen damit. Müssen wir einfach mal schauen. Wir gewinnen mit 3 zu 1. Hussein trifft bei Molde. Bei uns Grujic und Kane schon wieder doppelt. Und das müsste das letzte Spiel in dieser Folge sein. Newcastle United. Gehen wir rein mit der A-Elf. Und mal schauen. Jetzt nochmal zum Schluss ein Sieg wäre unfassbar wichtig. Wir gewinnen mit 4 zu 0. Kane trifft doppelt. Und Campbell und Van de Beek. Und dann sind wir am Ende der Folge. Ich will nochmal ganz kurz das zeigen. Harry Kane hat 8 Tore jetzt schon. Also ist jetzt mit Sterling, Krimine, Obermeerung, Bakambu, Grealish und Jeremy eigentlich schon gut dabei. Was da angeht. Ich habe euch gedacht, er hätte viel mehr Tore. Aber es war es von dieser Folge, Leute. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos anpassen. Das sind die Jungs. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.